Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren, liebe Studentinnen und Studenten. Dies ist nun mittlerweile die siebte von zehn Vorlesungen zum Thema Glück und Moral. Dabei befinden wir uns noch immer im zweiten Hauptteil, der sich mit Immanuel Kant beschäftigt. Ich war hier so vorgegangen, dass ich, nach einigen Hinweisen zur Epoche der Aufklärung sowie zu Kants Leben und Werk, in einem ersten Schritt das Verhältnis von Freiheit und Moral thematisiert hatte. Moralisch relevante Freiheit, so war in diesem Abschnitt deutlich geworden, besteht nach Kant in einer Unabhängigkeit unseres Wollens von allen materialen Bestimmungsgründen. Weil nun erstens als diese materialen Bestimmungsgründe unsere menschlichen Neigungen gelten und weil ferner zweitens unser Glück als das letzte Ziel aller Neigungen in Anschlag zu bringen ist, deshalb ergibt sich drittens, dass eine vom menschlichen Glücksstreben getragene Moraltheorie kein Ausdruck unserer Vernunftautonomie ist. Vielmehr wird, ganz im Gegenteil, durch die moraltheoretische Hochstufung des Glücksgedankens die menschliche Heteronomie zementiert, also unser Fremdbestimmtsein durch sinnlich fundierte Neigungen. Dabei wissen wir es selbst besser. Zwar gilt einerseits, wir handeln als Menschen oftmals so, dass wir unseren Neigungen konkret unserer Selbstliebe den Vorrang einräumen gegenüber einem Handeln, das am Grundsatz der Verallgemeinerbarkeit unserer Handlungsmaximen orientiert ist. Kant behauptet auch gar nicht, dass in seinem Sinne moralische Handlungen oft oder auch nur einigermaßen regelmäßig geschehen. Ja, er räumt sogar ausdrücklich ein, dass das Vorkommen solcher Handlungen gar nicht unzweifelhaft feststellbar ist. Denn es ist doch, wie er schreibt, schlechterdings unmöglich, durch Erfahrung einen einzigen Fall mit völliger Gewissheit auszumachen, da die Maxime der Handlung lediglich auf moralischen Gründen beruht habe. Weil, wenn vom moralischen Werte die Rede ist, es nicht auf die Handlungen ankommt, die man sieht, sondern auf jene innere Prinzipien derselben, die man nicht sieht. Zugleich aber gilt andererseits, wenn wir über die Moralität unserer Handlungen nachdenken, dann legen wir als Maßstab letztlich doch jenen Verallgemeinerbarkeitsgrundsatz an, dessen handlungspraktische Befolgung empirisch nie zweifelsfrei feststellbar ist. Kant formuliert hier so, wieder Zitat, Zitat Ende. Die so im Blick auf die Fundierung der Ethik vorgenommene Exklusion des Glücksgedankens ist allerdings nicht Kants letztes Wort in Sachen Eudämonie gewesen. Seine Rückgewinnung des Glücks vollzog sich auf der Grundlage der Einsicht, dass die Moralität des Menschen, sofern er ein endliches Vernunftwesen ist, stets aufgefasst werden muss, als die Würdigkeit, glücklich zu sein. Die in dieser Formulierung, Würdigkeit, glücklich zu sein, ausgesprochene Wiederherstellung des Zusammenhangs zwischen Glück und Moral hat Kant in seiner Lehre vom Höchsten Gut realisiert, wobei es hier, das war jedenfalls mein Deutungsvorschlag, durchaus Unterschiede gibt zwischen der Gestalt dieser Lehre in der Kritik der Reinen und der in der Kritik der praktischen Vernunft. In der zuletzt genannten Schrift, Kritik der praktischen Vernunft, ist entscheidend, dass der Zusammenhang von Glück und Moral, für den das Höchste Gut steht, nicht so verstanden wird, dass moralisches Handeln durch eine Belohnungsaussicht motiviert würde. Das Höchste Gut gilt vielmehr, nochmals Originalton Kant, als ein Objekt, welches weit hinterher, wenn das moralische Gesetz allererst für sich bewährt und als unmittelbarer Bestimmungsgrund des Willens gerechtfertigt ist, dem nunmehr seiner Form nach a priori bestimmten Willen als Gegenstand vorgestellt werden kann. Dabei gilt für Kant der Bezug auf das höchste Gut und damit auch auf das Glück als ein unhintergehbares Implikat der Realisierung menschlicher Autonomie durch endliche Vernunftwesen. Denn in humaner Sittlichkeit ist eben stets vorausgesetzt, dass das Höchste Gut als moralisches Handeln bewirkbar ist. Diese Bewirkbarkeit ist aber nichts Selbstverständliches, sondern sie hängt ab einerseits von der Realmöglichkeit eines steten Fortschritts in der Steigerung der Tugendgesinnung und sie hängt ab andererseits von der Realmöglichkeit einer Hervorbringung des höchsten Guts, also einer Herstellung von Tugend und Glückseligkeit. Beide Bedingungen aber sind nur erfüllt, wenn einerseits die Unsterblichkeit der individuellen Einzelseele und andererseits die Existenz Gottes postuliert wird. Mit diesem letzten Gedankenschritt, also mit der religionsphilosophischen Anreicherung seiner Moraltheorie, hat Kant seine Rückgewinnung des Glücksgedankens vollendet. So viel zur Zusammenfassung des bisher im Kant-Teil Gesagten. Ich wende mich nun dem letzten Abschnitt zu, der sich mit der Kritik befasst, die Kants kopernikanische Revolution in der Ethik auf sich gezogen hat. Es ist naturgemäß nicht möglich, die kritischen Voten zu Kants Moraltheorie auch nur annähernd vollständig zu präsentieren. Überdies fällt auf, dass die Sachkritik alles andere als einheitlich ist. Anders formuliert, die verschiedenen Kritiker stört jeweils etwas anderes an unserem Moralphilosophen. Daher werde ich, wenn ich nun die Kritik an Kants Ethik behandle, in drei Unterabschnitten verschiedene Kritikpunkte benennen und dabei jeweils einschlägige Autoren zitieren. An erster Stelle sind zwei unterschiedliche, eigentlich sogar gegensätzliche Voten zur Verhältnisbestimmung von Pflicht und Neigung in Kants Sollensethik zu nennen. Anschließend werde ich, anknüpfend an das am Ende der letzten Vorlesung benannte Votum von Walter Jeschke, mehrere, teilweise durchaus prominente Kritiker vorstellen, die in Kants Ethik eine argumentative Inkonsequenz festgestellt haben. Im dann darauf folgenden Schritt sind Autoren zu behandeln, die zum Teil aufgrund der Feststellung argumentativer Inkonsequenzen auch sachliche Inkonsistenzen bei Kant entdeckt haben wollen. Dabei wird uns am Ende jener Hans Krämer wieder begegnen, dessen Kant-Kritik ich bereits in der Einleitungsvorlesung referiert hatte. Was die Reihenfolge, der in diesem Abschnitt drei meines Kant-Teils behandelten Positionen angeht, so richte ich mich nicht nach der Chronologie, sondern nach Sachgesichtspunkten. Insgesamt dient mir die Behandlung der kritischen Voten dazu, über das in den beiden letzten Vorlesungen Gesagte hinaus, das Profil der Ethik Kants nochmals zu schärfen. Dem soll dann auch und insbesondere ein kurzes Resümee ganz am Ende sowohl dieser Vorlesung als auch des Kant-Teils überhaupt dienen. Ich beginne mit zwei Hinweisen zum Verhältnis von Pflicht und Neigung. Erinnern wir uns noch einmal an das schon angeführte Kant-Zitat. Man darf, so heißt es darin, nur das Urteil zergliedern, welches die Menschen über die Gesetzmäßigkeit ihrer Handlungen fällen. So wird man jederzeit finden, das, was auch die Neigung dazwischen sprechen mag, ihre Vernunft dennoch, die Maxime des Willens jederzeit an den reinen Willen halte. Der reine Wille, also der von einer Beeinflussung durch sinnliche Bestimmungsgründe freie Wille, ist pflichtorientiert. Dort dagegen, wo der pflichtorientierte Wille nicht zum Zuge kommt, dominiert die Neigung. Pflicht oder Neigung, diese Alternative, scheint Kant's Ethik zu beherrschen. Hier stellt sich naturgemäß die Frage, ob es eine Neigung zur Pflichtorientierung geben kann. Können wir Menschen auch gern tun, was wir sollen? Oder können wir das Gesollte auch selbst wollen? Oder ist die Reinheit unserer Pflichtbefolgung kontaminiert, wenn wir gern tun, was wir sollen? Es war kein Geringerer als Friedrich Schiller, der in den von ihm und Goethe gemeinsam im Jahre 1797 publizierten Xenien das damit angesprochene Problem in zwei Doppelfersen markiert hat. Unter dem Stichwort Gewissensskrupel heißt es zunächst, Gern dien ich den Freunden, doch tue ich es leider mit Neigung. Und so wurmt es mir oft, dass ich nicht tugendhaft bin. Und daraus folgt dann, da ist kein anderer Rat, du musst suchen, sie zu verachten und mit Abscheu als dann tun, was die Pflicht dir gebeut. Schiller hat hier die kantische Verhältnisbestimmung von Pflicht und Neigung zu einer Paradoxie hochgestuft. Wer pflichtorientiert, also tugendhaft handeln will, der darf nicht gern tun, was er soll. Der wirklich tugendhafte Dienst an meinen Nächsten sollte deshalb nicht verbunden sein mit Sympathie für die Menschen, denen ich etwas Gutes tue. Von wahrer Pflichterfüllung kann erst und ausschließlich dann gesprochen werden, wenn ich die Menschen, denen ich mit Abscheu diene, tatsächlich verachte. Dies ist insofern eine nicht ganz sachgerechte Interpretation Kants, als sie die vom Königsberger Sollens Ethiker stets festgehaltene Differenz zwischen moralphilosophischer und pragmatischer Ebene ignoriert. Die völlige Angemessenheit des Willens aber zum moralischen Gesetze ist Heiligkeit, eine Vollkommenheit, deren kein vernünftiges Wesen der Sinnenwelt in keinem Zeitpunkte seines Daseins fähig ist, so hat er es bekannt geheißen. Insofern war er davon ausgegangen, dass alle Menschen, sofern sie Vernunftwesen sind, zwar einerseits die Angemessenheit des Willens zum moralischen Gesetze als Moralitätsmaßstab heranziehen, andererseits aber, sofern sie endliche Vernunftwesen sind, müssen sie sich mit ihrer moralischen Insuffizienz arrangieren, haben also mit der pragmatisch unüberwindbaren Vermischtheit von Pflicht und Neigung zu leben, sollten um diese Vermischtheit aber wissen. Während Schillers in den eben zitierten Doppelfersen enthaltene Kritik darauf beruht, dass es im Horizont der kantischen Ethik nicht möglich sei, seine Pflicht gern zu tun, gibt es auch Deutungen der kantischen Sollensethik, die in eine ganz andere Richtung weisen. Als Beispiel sei hier der evangelische Theologe Karl Holl genannt. Holl gehört theologiegeschichtlich in den Zusammenhang der sogenannten Luther-Renaissance. Ja, er kann sogar als deren Initiator gelten. Bei dieser Luther-Renaissance handelte es sich um eine etwa im Jahre 1910 einsetzende theologische Aufbruchsbewegung, der insbesondere die Texte des jungen Reformators als gegenwartsorientierend galten. Namentlich Luthers Römerbrief-Vorlesung der Jahre 1515 bis 1516 wurde hier wichtig. In der darin enthaltenen Rechtfertigungslehre erblickte Holl den Inbegriff der von ihm sogenannten Gewissensreligion. Aber das ist hier nicht zu vertiefen. Wichtig ist allerdings, dass Karl Holl ein massiver Kritiker, des ja auch von Kant verworfenen Eudemonismus in der Ethik war. Also einer Haltung, der zufolge das menschliche Glücksstreben die Grundlage der Moralreflexion bildet. Dabei hat sich Holl allerdings auf Luther bezogen, dessen Neubau der Sittlichkeit unter anderem darin bestehe, dass er, Luther, das moralische Handeln nicht nur von irdischen Glücks, sondern auch von jenseitigen Seligkeitserwartungen abgekoppelt habe. Dabei wird natürlich auch Kant in den Blick genommen. Holl räumt ein, dass in Kants Ableitung des Sittlichen aus der Autonomie reiner praktischer Vernunft etwas grundsätzlich Richtiges zur Geltung kommt. Allerdings bleibe diese, nach Holl sonst beste, Begründung der Ethik, Zitat, mit dem Fehler behaftet, dass sie unvermerkt doch wieder einen nur verfeinerten Eudemonismus zu Hilfe ruft. Wer sich dem Gesetz oder der Idee unterwirft, der tut es nach Kant, weil er damit seine wahre Würde gewinnt. Aber das heißt, er genießt, indem er sittlich handelt, sich selbst in seiner Würde. Diese im Namen Luthers vollzogene Abgrenzung von Kant, die dem Königsberger Pflichtethiker einen verfeinerten Eudemonismus unterstellt, hat Holl fünf Jahre später bekräftigt, konkret angesichts des von Friedrich Gogarten gegen ihn vorgebrachten Vorwurfs des Kantianismus. Kants unbestreitbares geschichtliches Verdienst bestand so Holl darin, dass er Kant die Unterwerfung unter ein Unbedingtes als den wahren Sinn des Sittlichen wieder festgestellt hat. Aber als Grund, warum der Mensch jenem Unbedingten sich unterwirft, erscheint bei ihm die Rücksicht auf die eigene Würde, das heißt die Selbstachtung. Und um dieses letzteren Willen, so heißt es dann weiter, habe ich die kantische Ethik überall unmissverständlich abgelehnt. Wie die für den Eudemonismus konstitutive Voranstellung des Selbstbezuges ist, so muss man häufig verstehen, gerade auch bei Kant nicht getilgt. Wohl aber bei Luther. Dieser nämlich habe die Unbedingtheit der sittlichen Forderung durch den Gedanken der Freudigkeit des Wollens ergänzt, eine Freudigkeit, die sich aus der Dankbarkeit dafür ergibt, dass sich der von Gott angenommene Mensch als dessen Gottes Werkzeug fühlen darf. Erst diese bei Kant gerade nicht begegnende Rückführung der ethischen Forderung auf ein Empfangen haben, also die theologische Fundierung des Sollens, gilt für Holl als überzeugende Begründung einer sittlichen Bindung und stellt vor allem die einzig angemessene Interpretation des biblischen Doppelgebotes der Liebe dar. Schiller hatte es gestört, dass, nach seiner Deutung Kant eine Ausneigung und mit Freude getane Pflicht nicht denken kann, dass er also den Pflichtbegriff zulasten des Glücks überstrapaziert hat. Dagegen hat Holl im Horizont einer dezidiert theologischen Perspektive an Kant kritisiert, dieser habe den Pflichtbegriff zugunsten des Glücks unterbestimmt, Stichwort Hochstufung der Selbstachtung als verfeinerter Eudemonismus. Man kann hier sehen, welchen Nachhall, aber auch welche divergenten Deutungen Kants Neusortierung des Verhältnisses von Pflicht und Neigung von Moral und Glück zur Folge hatte. Kants zweifellos interpretationsbedürftige Verhältnisbestimmung von Pflicht und Neigung kann auch als die Wurzel der zahlreichen Behauptungen einer argumentativen Inkonsequenz in seiner Moraltheorie gelten. Diesem Vorwurf wende ich mich jetzt zu. Wir erinnern uns, der Philosoph Walter Jeschke hatte die über die Lehre vom höchsten gut vollzogene Rückgewinnung des Glücks durch Kant kritisiert. Die zunächst so nachdrücklich betonte Kräftigkeit der rein moralischen Triebfeder werde dadurch und insbesondere durch die Restituierung Gottesgedankens wieder kassiert. Anders formuliert, die zunächst rein Pflicht dominierte Ethik werde wieder neigungs affiziert. Der Sachgehalt von Jeschkes Inkonsistenz Vorwurf ist alles andere als neu. Er findet sich bereits in einem populär gewordenen Votum aus dem 19. Jahrhundert. Es stammt von dem Dichter Heinrich Heine. In Heines in den Jahren 1833 und 1834 im Pariser Exil entstandener Abhandlung zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland hat er sich dem Königsberger Philosophen eingehend gewidmet. Und Heine konstatiert hier eine Diskrepanz. Sie besteht zwischen dem theoretisch philosophischen Zugriff der ersten Kritik, in der die traditionelle Metaphysik destruiert wurde einerseits und der praktisch philosophischen Restitution der traditionellen Metaphysik in der Postulatenlehre der zweiten Kritik andererseits. Auf die Tragödie der Destruktion folge die Farce der Rekonstruktion. Doch lesen Sie selbst. Nach der Tragödie kommt die Farce. Immanuel Kant hat bis hier den unerbittlichen Philosophen traktiert. Er hat den Himmel gestürmt, der Oberherr der Welt schwimmt unbewiesen in seinem Blute. Es gibt jetzt keine Allbarmherzigkeit mehr, keine Vatergüte, keine jenseitige Belohnung für diesseitige Enthaltsamkeit, die Unsterblichkeit der Seele liegt in den letzten Zügen, das röchelt, das stöhnt. Dann aber geht es weiter und es folgt der Umschwung. Und der alte Lampe steht dabei mit seinem Regenschirm unterm Arm als betrübter Zuschauer und Angst Schweiß und Tränen ringen ihm vom Gesichte. Der alte Lampe, damit ist hier Martin Lampe gemeint, der langjährige Diener Immanuel Kanz, der allerdings 1802 entlassen wurde und ein Jahr nach Kanz Ableben verstarb. Der Angst Schweiß und die Tränen des Kant Dieners, von denen Heine hier spricht, stehen für die Verunsicherung angesichts einer Welt, in der vormalige Selbstverständlichkeiten, etwa die Existenz Gottes, philosophisch erschüttert sind. Und die Inkonsequenz des Philosophen bestand so Heine eben darin, dass Kant diese Verunsicherung durch seine Postulatenlehre meinte, abfedern zu müssen. Da erbarmt sich Immanuel Kant und zeigt, dass er nicht bloß ein großer Philosoph, sondern auch ein guter Mensch ist und der überlegt und halb gutmütig und halb ironisch spricht er, der alte Lampe muss einen Gott haben, sonst kann der arme Mensch nicht glücklich sein. Der Mensch soll aber auf der Welt glücklich sein, das sagt die praktische Vernunft. Meinetwegen, so mag auch die praktische Vernunft die Existenz Gottes verbürgen. Ähnlich wie Heine hat auch Friedrich Nietzsche, der Aphoristiker unter den Philosophen, beklagt, dass Kant in seiner praktischen Philosophie jeden konventionellen religiösen und anthropologischen Auffassungen, die durch die Kritik der reinen Vernunft erschüttert worden waren, zu neuer Anerkennung verholfen hat. In seiner zuerst 1882 erschienenen Aphorismensammlung Die Fröhliche Wissenschaft hat Nietzsche den kategorischen Imperativ als die Ursache dafür identifiziert, dass der kritische Philosoph zu den von ihm selbst eigentlich überwundenen Grundsätzen zurückgekehrt ist. Ein Vorgang, den er Nietzsche als Verirrung bezeichnet hat. Und nun rede mir nicht vom kategorischen Imperativ, mein Freund. Ich gedenke dabei des alten Kant, der vom kategorischen Imperativ beschlichen wurde und mit ihm im Herzen sich wieder zu Gott, Seele, Freiheit und Unsterblichkeit zurückverirrte, einem Fuchse gleich, der sich in seinen Käfig zurückverirrt und seine Kraft und Klugheit war es gewesen, welche diesen Käfig erbrochen hatte. Während Heine beklagt hat, dass Kant speziell um seines Dieners und allgemein um aller schlichten Gemüterwillen bemüht war, die Konsequenzen seiner philosophischen Einsichten abzudämpfen und während Nietzsche diese Inkonsequenz als Ausdruck einer Verirrung stigmatisiert hat, haben andere Autoren die Rückgewinnung von Glück und Gott in der zweiten Kritik weniger als einen Ausrutscher, sondern vielmehr als einen echten Systemfehler in Kants Moraltheorie identifiziert. Zu diesen Autoren gehört insbesondere Arthur Schopenhauer, dessen hier einschlägige Bemerkungen werden in nahezu allen informierten Untersuchungen zu Kants Lehre vom höchsten Gut referiert. Ich beziehe mich auf einige Formulierungen aus Schopenhauers Preisschrift über die Grundlage der Moral. Dieser Text ist 1840 entstanden, also kurz nach Heinestext und gut 40 Jahre vor Nietzsches Aphorismus. Er wurde dann 1841 gemeinsam mit einer weiteren Schrift unter dem Titel die beiden Grundprobleme der Ethik erstmals veröffentlicht. Schopenhauer wirft Kant hier insofern eine argumentative Inkonsequenz vor, als er zwischen der Begründung der Ethik in einem unbedingten Sollen und der Lehre vom höchsten Gut eine unüberbrückbare Spannung feststellt. Zitat Nämlich jenes so unbedingte Soll postuliert sich hinterher doch eine Bedingung und sogar mehr als eine nämlich eine Belohnung dazu die Unsterblichkeit des zu Belohnenden und einen Belohner Dieser Lohn der für die Tugend welche also nur scheinbar unentgeltlich arbeitete hinter drein postuliert wird tritt aber anständig verschleiert auf unter dem Namen des höchsten Guts welches die Vereinigung von Tugend und Glückseligkeit ist Es ist also nach Schopenhauer nicht nur wie nach Karl Holl ein verfeinerter Eudemonismus der die Klarheit der kantischen Pflichtethik trübt sondern es ist ein ganz unverblümter Eudemonismus der durch die Hintertür der Lehre vom höchsten Gut wieder ins System gelassen wird Dann wird aus der festgestellten beziehungsweise behaupteten Diskrepanz zwischen Sollens ethischem Ansatz und Lehre vom höchsten Gut ein Eudemonismus Vorwurf abgeleitet Zitat Dieses ist aber im Grunde nichts anderes als die auf Glückseligkeit ausgehende folglich auf Eigennutz gestützte Moral oder Eudemonismus welche Kant als heteronomisch feierlich zur Haupttüre seines Systems hinausgeworfen hatte und die sich nun unter dem Namen höchstes Gut zur Hintertüre wieder hereinschleicht Als die letzte Wurzel dieser hier behaupteten argumentativen Inkonsequenz gilt nach Schopenhauer allerdings eine sachliche Inkonsistenz Auf die Behauptung dieser Inkonsistenz sei hier schon einmal verwiesen Im nächsten Unterabschnitt ist darauf zurückzukommen Entscheidend ist Schopenhauers Feststellung dass eine reine Sollensethik wie sie Kant meinte entwerfen zu können gar nicht möglich ist Denn seines Erachtens nach Schopenhauer gilt dass die Begriffe Sollen Gesetz Gebot Pflicht und so weiter Aus der theologischen Ethik stammen und von daher Hintergrund Überzeugungen über das Bestehen eines göttlichen Gesetzgebers oder einer vergleichbaren normativen Instanz voraussetzen die die spätestens seit der Aufklärung nicht mehr von allen an die sich die entsprechenden Sollens normen richten geteilt werden Diese Behauptung einer zwar unausgewiesenen aber gleichwohl unübersehbaren theologischen Fundierung der kantischen Sollensethik erinnert an die Feststellung von Hans Krämer der zufolge Kant Sollensethik ihre imperativische Energie dem Modell der theologischen Ethik entlehnt habe Auch auf diese Kritik Hans Krämers wird wie vorhin schon angekündigt noch zurückzukommen sein Im Anschluss jetzt an die Behandlung von Heine Schopenhauer und Nietzsche wende ich mich abschließend einem Zeitgenossen Kant zu der die argumentative Inkonsequenz in dessen Moraltheorie mit dem interpretationsbedürftigen Verhältnis von Pflicht und Neigung in einen ganz direkten Zusammenhang gebracht hat Wobei seine Kritik eine ähnliche Stoßrichtung hat wie die von Friedrich Schiller von der gerade die Rede war Es handelt sich um Christian Garwe der in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zu den bekanntesten Philosophen Deutschlands zählte Heute ist er allerdings kaum noch bekannt Dies hat sich ja damit zu tun dass er als sogenannter Popular Philosoph agierte Das heißt er gehörte wie es in einem älteren Lexikon Eintrag heißt zu denjenigen Denkern im Aufklärungszeitalter Zitat Ende Mit anderen Worten Garves Texte waren gut verständlich Dafür aber oftmals bei Weitem nicht so denkerisch anspruchsvoll und tiefsinnig wie die Publikationen des Königs Bergers der ihn gleichwohl ungeachtet der philosophischen Differenzen durchaus geschätzt hat Insgesamt ist Garve zunächst als Übersetzer von Bedeutung gewesen Er hat wichtige moralphilosophische Schriften aus der zeitgenössischen englischen Tradition in Deutschland bekannt gemacht Zu nennen sind hier die Autoren Adam Ferguson Edmund Burke und Adam Smith Deren Texte hat er nicht nur ins Deutsche übertragen sondern teilweise darüber hinaus auch kommentiert Was konkret Ferguson angeht so waren speziell für Schiller Garves Übersetzung und die hinzugefügten Anmerkungen von großer Bedeutung Allerdings widmete sich Garve auch antiken Texten Friedrich der Große der König von Preußen etwa hat ihn zur Übersetzung von Cicero's Werk De Officiis angeregt Dies ist jener Text an den der Ethik Entwurf des Ambrosius von Mailand maßgeblich angeknüpft hatte ich hatte davon geredet doch auch die aristotelischen Schriften zur praktischen Philosophie namentlich die nikomachische Ethik und die Politik hat er übersetzt Inhaltlich steht Garve mit einer Formulierung von Ulrich Barth gesagt für einen popularisierten Aristotelismus dem insbesondere der Eudämonie Gedanke der peripathetischen Ethik am Herzen lag Er war also einfacher formuliert ein Glücksethiker alter Schule dem das werden wir gleich sehen für Kants radikale Unterscheidung zwischen Moralität und Glückseligkeitsstreben jedes Verständnis gefehlt hat Hermann Andreas Pistorius ein weiterer zeitgenössischer Kant-Kritiker von dem noch die Rede sein wird hat sich übrigens in Anknüpfung an eine kommentierende Anmerkung Garves in dessen Übersetzung von Fergussons Moralphilosophie dem jetzt gleich zu referierenden Einwand selbst angeschlossen Garves Kritik an Kants Moralphilosophie ist am besten greifbar in seiner Spätschrift mit dem Titel Übersicht der vornehmsten Prinzipien der Sittlichkeit erschienen 1798 er stellt darin im Blick auf Kants Moralsystem eine Zitat Inkonsequenz in einigen wesentlichen Stücken des Inhalts fest die argumentative Unwucht die Garve nun konstatiert ist uns im Grundsatz bereits bekannt die ersten Prinzipien verlangen durchaus dass nichts als das Ansehen des Vernunft Gesetzes den Willen zur Beobachtung der Pflicht bewege sie erklären die Tugend für vernichtet wenn sich in die Bewegungsgründe zu derselben eine Begierde nach den Gegenständen wonach sie trachtet mit ein mischt wenn aber so fragt Garve nun die am Glück desinteressierte Moral zum Zuge kommt wenn mit seinen eigenen Worten der Mensch auf dem Wege der Sittlichkeit schon mit vollem Eifer und gänzlich befriedigt einher geht was kann den Tugendhaften veranlassen doch noch an Glückseligkeit welche er bisher verschmäht hat zu denken und sie als Folge seiner pflichtmäßigen Aufführung zu erwarten im Rückblick auf Schiller ist zu sagen Garve kritisiert hier nicht dass unser Handeln aus Pflicht nach Kant unseren Neigungen entgegenstehen müsse sondern er kritisiert hier dass der zunächst aus der Moralreflexion dezidiert ausgeschlossene Glücksgedanke doch wieder in einen Zusammenhang gebracht wird zunächst mit der Sittlichkeit und dann auch mit der Religion mit der Sittlichkeit nicht nur soll es in der Natur des Menschen liegen Glückseligkeit zu verlangen sondern es soll auch sogar in der Natur der Sittlichkeit liegen mit der Glückseligkeit zusammenzuhängen so interpretiert Garve Kant zugleich auch der Zusammenhang zwischen Moral und Religion der sittliche Mensch muss einen Gott Weltschöpfer und Weltregierer annehmen weil nur durch dessen willkürliche Veranstaltungen der Tugendhafte glückselig werden kann und er muss ein ewiges Leben nach dem Tode annehmen weil in unserem gegenwärtigen Leben keine solche Veranstaltungen Gottes vorhanden sind durch die Hintertür der Lehre vom höchsten Gut wird so wäre Garve mit Schopenhauer einig die zuvor exkludierte Glückseligkeit wieder ins System gelassen Für Garve den Verfechter des aristotelischen Eudemonie Gedankens ergibt sich angesichts dieser Inkonsequenz dass eine argumentativ stimmige Ethik in der die zuerst festgesetzten Prinzipien mit allen folgenden Sätzen genau übereinstimmen ohne die von Kant bestrittene Zentralstellung des Glücksgedankens gar nicht zu haben ist So viel zu meinen Hinweisen zu kritischen Voten im Blick auf Kants Ethik die auf das Verhältnis von Pflicht und Neigung abzielen und eine argumentative Inkonsequenz unterstellen Bevor es nun weitergeht gönne ich uns eine kleine Pause und freue mich darauf dass Sie sich auch das jetzt folgende letzte Video zu Immanuel Kant nicht entgehen lassen werden Bis